und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa auf der seite tompriler leveleditor.net beziehungsweise tle.net so heißt es richtig habe ich diese spiele gefunden tompriler 2 und das sieht auf den bildern schon sehr sehr nice aus also grafisch überarbeitet und lehnt sich offenbar ganz stark an tompriler 2 dem original an das habe ich einfach per download heruntergeladen und dann dementsprechend entpackt und wie immer einfach die tom4 heraussuchen rechte maustasse mit q4 weiner öffnen wichtig dabei ist dass man noch eine directx prefix noch mit installiert über weiner config hier drüber einfach doppelklick ganz kurz zeigen das geht jetzt nicht weil das fenster auf ist komm mal zeige ich auch mal eben ich habe hier mehrere prefix und dann einfach bibliotheken und dann hier drüber die passende directx version oder was auch immer jetzt aussuchen ich habe jetzt hier eine directx 11 version und damit funktioniert das auf jeden fall hier nichts weiter einstellen nur die richtige prefix aussuchen auf ok drücken und schon kann der spaß beginnen habt ihr das kleine fenster gesehen wenn ihr da noch kontroll drückt dann müsste ja nicht schnell sein dann kann man da noch die grafikeinstellung vornehmen und dann kommt es auch gleich der tiger ja wo ist er denn da ist er ja so schaut tomprider 2 aus dem jahre 2010 oder 2018 weiß ich gar nicht so genau äh aus hier vorne hätten wir sofort das erste geheimnis wo war das nochmal ich habe schon ein wenig vorgespielt keine frage weil es auch an der einen oder anderen stelle ziemlich tricky war aber vielmehr geheimnis habe ich jetzt auch nicht gefunden bin ich ganz ehrlich so bin ich falsch wo muss ich hin einmal drehen ne da war ich doch riesig da war ich doch richtig das ist hier einmal um die ecke das sieht schon mal sehr gut aus und dann einmal hier rüber hopfen und dann einmal hier rüber hopfen so und dann geht es wie eigentlich allzeit bekannt hier weiter aber bevor ich jetzt noch weiter nach oben gehe muss ich erst den hebel betätigen weil wie man sieht sind oben ja alle zugänge blockiert und dazu brauche ich erst mal den passenden hebel und der ist in dem fall jetzt hier oh da war knapp fast wieder runter gefallen hier wäre das gute ding aber diesen hebel habe ich eigentlich relativ schnell gefunden ich weiß noch gleich eine andere stelle da habe ich fast geflucht und da war ich ohne den internet richtig aufgeschmissen gewesen keine frage so und einmal da rüber ja und dann einfach hier hoch ich platziere die lager einmal ganz genau hier an die ecke spring einmal zurück und dann passt das eigentlich auch mit dem sprung genau und die klappe müssen wir hinein aber nicht sofort ich möchte erstmal hier etwas aufsammeln und zwar ein medipack ich mache in meinem bildschirm ein bisschen heller weil ich mag das nicht so wenn ich nichts sehe so heller geht nicht so jetzt kann ich hinein in zwei genügend oder lag hier noch was ich meine nicht ne hier ist nichts mehr dann kann ich hier hinein hier vorne ist ne Kante die nehme ich mir als erstes vor ungefähr so passt das ja dann eine Runde hier entlang hangeln dann können wir den nächsten Hebel betätigen ich weiß gar nicht ob das Nordstrom Par Level besteht diese Version hier ich lass mich einfach mal überraschen aber ich hab jetzt ungefähr so zwei Stunden hab ich mir so mal vorgezockt und da war ich richtig angeblich überrascht allein schon wie die Lage aussieht richtig toll gezeichnet da kann man wirklich nicht meckern ne ups eigentlich solltest du springen ah ist egal ja da würde ich sagen hinein ja die Szene kennen wir doch auch ne aus vergangenen Tagen auch sehr gut nachgebaut das Level beziehungsweise viel viel besser nachgebaut ja wo seid ihr denn so an der Stelle einmal aufpassen denn es kommt etwas auf und zu ja ne ich bin glaube ich lieber von der anderen Seite rein auch hier einmal zum genießen diese wunderschöne Grafik hier und man hört der Tiger ist auch anwesend würde ich sagen down we go knüpfen uns erstmal den Tiger vor das äh gehört sicher so das war's schon ok an der Stelle kann ich diese Ford so ein bisschen abkürzen erst hier hinein hier liegt leider nicht der Schlüssel sondern man muss diese Klappe öffnen aber man muss da genau mittig vor äh sein und dann kann man die Platte öffnen per x Klick und da habe ich nämlich auch geflucht an der Stelle meine Hebel betätigen ist ja selbsterklärend und viel mehr kann man hier auch nicht machen hier fliegt auch nichts rum ich habe zumindest nichts entdeckt äh wo ist der Ausgang? Hallo? ja komm Lara einmal raus hier wieder ja und dann gehen wir erstmal dahin wo die Klappe war beziehungsweise wo die Klappe sich geöffnet hat und zwar hier hinein ja einfach so ein bisschen dem Licht hier folgen und dann links hier um die Ecke jetzt aber auch noch nicht in die in das Loch hineingehen sondern hier kann man auch noch etwas machen ne nix drin ich hätte schwören können dass hier was liegt ah doch da ist doch was Fackeln, ja Fackeln die sind hier Gold wert da ist doch sehr viel hier im dunklen ja einfach hinein nicht lange drüber nachdenken ja hier kann nichts passieren einfach rein ja hier ist auch nichts dann kriechen wir mal weiter schade schade die Rolle kann nachher leider nicht da müssen wir ganz normal kriechen wie es gewohnt sind ja und hier kann man eigentlich auch noch nach unten jumpen das Gitter hier vorne ist noch zu lassen wir ihn jetzt erstmal öffnen und hinein hier ist irgendwo ein Hebel so erstmal den Hebel suchen hier ist er das bewegt das direkt über mir ist auch noch ein Gitter oder ein Tor besser gesagt das habe ich damit geöffnet und es kommt etwas Neues was Lara kann aus dem Wasser heraus auf eine Leiter gehen nur man muss direkt davor stehen mittig äh nur X drücken X halten genau und nicht nach vorne drücken den Joystick dann die nächste Schwierigkeit man muss hier schon ziemlich bis zum Rand Lara hängen lassen ja das hier klappt und dann muss Lara hier irgendwie reinkriechen dann ist glaube ich noch ein Stückchen nach links ja das war zu viel ja das ist noch eine kleine knifflige Stelle hier ich weiß nicht ob das so gewollt ist vom Programmierer das ist so kompliziert gehalten der Wirt ja jetzt geht's muss natürlich ziemlich pixel genau davor stehen ja und hier denke ich mal selbsterklärend auf zur Kante und hangeln dann hier draus und hier ist die nächste Kante irgendwo ja wo ist sie denn? da ne? sooo und ja passt einfach fallen lassen und die Gitterboxchen nach vorne schubsen und zwar so lange wie die hinterfällt schon nach einer Plattform Erweiterung und jetzt kann man auch rüberspringen jawoll das passt hä? wo seid ihr? ja ok erst Nädel betätigen man hört's ne? die bösen und giftigen Spinnen und was? ok wir haben natürlich die Kiste öffnen jetzt haben wir den Golden Key ah jetzt kommen die erst und der Golden Key der ist heilig den hätt ich nicht stehen ich werde noch was rasseln ok sind weg ja jetzt kann ich schon wieder nach oben gehen und diesmal nehme ich die andere Leiter die ist ja wo ist sie denn? da ist sie ja auch wieder mittig davor stellen x drücken x halten und hoch ich hab auch nette Details mit eingebaut und dann schon die Leiter sieht irgendwie auch total nice aus äh warte mal wo ist sie jetzt her? ach hier war das genau hier muss ich jetzt rein ich glaub hier war nichts besonderes die Leiter die Leiter die Leiter gehen wir sofort hoch heilig oh ist da noch was? was ist denn da? sehe ich da was? was zum einsammeln? ok fake quasi ja komm Lara schön mittig und ich hab jetzt gar nicht mehr gedacht oh Boah! Schnell Sicherheit bringen hier. Ich weiß jetzt zwar noch, dass was kommt, aber ich dachte, das wär was zum... Äh... ...was zum Abschießen. Oder was die Kugel. Ja, irgendwie kann man hier auch viel mehr nicht machen. Soll ich jetzt hier hochgehen? Na komm, Lara. Und einfach hier rein springen. Irgendwo kann man aussteigen. Hier kann man aussteigen, ne? Zack. Ja, okay. Und jetzt den nächsten Hebel. Der Hebel bewirkt, dass dieses Törchen hier aufgeht. Ja, und schon wären wir wieder draußen. Und jetzt wird geklettert. Jetzt wird geklettert. Weil das ist die eigentliche Stelle, wie man jetzt wieder rauskommt. Die wäre nämlich hier. Hallo? So. Na komm. So, jetzt mal gucken. Einfach hier rüber. Und weiter hangeln. Und irgendwann ist hier so eine Plattform, wo man drauf kann. Oder schon hier. Ich glaub ja... Ja. Hier kann Lara wieder stehen. Ja. Sollte passen. Und hier glaub ich mit Anlauf. Zack. Ups. Oh, gut, dass ich X gedrückt hab und gehalten habe. Genau. Hier kann Lara auch wieder stehen, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Dann komm ich mit unten auf einen höher. Und da ist die nächste Plattform. Kann man sofort testen. Ups. Ja, okay, geht doch so. Äh... Ne, muss ich eigentlich glaub ich nur am Rand entlang hangeln. Das wäre das Geheimnis. Also die Plattformen, die... Könnten die sich eigentlich auch schenken. Genau. Jetzt kommt nämlich so ein Spezialsprung. Mit in der Luft drehen und dann X drücken. Und mit so etwas suchen wir so ein bisschen schwer. Genau. Hier war das. Ah, nicht... Hatte nicht funktioniert, ne? Gut, dass ich gespeichert hab. Ah, nicht die Pistole. Jetzt hat's geklappt. So, und nach dem ersten Spezialjump kommt natürlich der zweite Spezialjump. Lachen um die Ecke biegen. Mäh. Nochmal. Ja. Ja. Second Strike quasi. So, und den goldenen Schlüssel einsetzen. Ne, hier heißt es ja nicht Golden Key, sondern Gurath House Key. Ich weiß gar nicht mehr. Kommt jetzt hier was? Was spinnen oder so? Ich hör doch irgendwas raschen, ne? Das war's. Okay. Okay. So, und hier ist die nächste Veränderung. Ne? Hier geht's weiter hinauf. Ist schon richtig schön gemacht, also... Ein Lob an den Programmierer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier ist Selbsterklärend. Einmal um die Ecke. Ah, da vorne rechts liegt ein Medipack. Das habe ich beim letzten Mal nicht eingesammelt. Dann muss ich mal gucken, wie ich da rankomme. Ich will jetzt mal eben zeigen an den Medipack. Da, da ist es. So, wo war der Golden Key nochmal? No, wirst du mal nicht öffnen? Also hier ist kein Golden Key. Andi, ich weiß gar nicht, ob ich hier einen goldenen Schlüssel finde. Aber irgendetwas... Irgendwas kann ich doch hier machen. Genau, hier muss hier rein. Hier war was. Oh, ich weiß gar nicht mehr was. Ah! Schalter, Hebel, etc. Und jetzt kommt wieder etwas auf. Ja, mein Hörger ist bestimmt... Na... Ich bin ganz schön hart, denke ich. Mal gehen wir hier schnell wieder raus. In der Roller geht tatsächlich... Liegt da was? Hä? Was ist das denn hier? Hier rechts seht ihr das? Ah, hier ist einfach nur irgendwie Grafik. Was auch immer. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ganz schnell hinunter. Ich weiß gar nicht, wie man hier nochmal runterkommt. Ah! Ich wollte mich doch mit X hier festhalten. So, ich... Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich jetzt hier runterkomme. Ah! Da ist der Ausgang. Dann nehmen wir mal diesen Ausgang. Ups. Und jetzt? Einfach fallen lassen? Äh? Okay. Hä? Irgendwie hat die sich an der Luft festgehalten. Na gut, kann man machen, ne? Komm ich jetzt hier hinein? Nee, noch nicht. Ich könnte mir ja schon mal das Medi-Pack einsammeln. Mal gucken, wie komme ich da am besten hin? Da geradeaus. Ah, vielleicht auf diese Plattform. Aber wie gesagt, das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Und das an der Kante. Ja. Aua. Oh, wie komme ich da jetzt an die Kante? Na, war gerade auch ein bisschen sehr schräg, ne? Gebe ich ja zu. Aus dem Stand einfach drauf? Ne. Mit Anlauf? Ah, mit Anlauf. Okay. Ja, dann hangeln wir mal ne Runde. Weil so ein großes Medi-Pack kann ich immer brauchen. Wir wollen ja nicht, dass die Lara ohnehin stirbt hier. Das können wir ja nicht verantworten. So, wie geht's jetzt zurück? Muss ich da nochmal hoch? Hm. Weil irgendetwas muss ich hier bestimmt noch machen. Uh, ja passt. Und das muss ich hier bestimmt noch machen. Geh nochmal kurz nach oben. Und mach nochmal so'n kleinen... ...Fu-Blick. Er bleibt stehen. Äh. Äh. Ara. Das war jetzt aber gemein. So. Muss ich nochmal so ne Runde gucken. Da... Wie komme ich da drauf? Seht ihr das da rechts? Nichts. Da ist schon irgendwie... ...ne Ebene. Aber wie soll ich da drauf kommen? Entlanghangeln. Ja, das ist jetzt aber... Na klar, so vielleicht. Mal testen, ne? Puh. Oder kommt die auch so da drauf? Ne, so müsste jetzt... Passt nicht, ne? Ja, aber klar. Wäre halt so einfach. Okay. Second try. Mal einen Schritt zurück, ne? So vielleicht. Klein bisschen schräger. Zweiter. Ah! Second... Zweiter oder dritter Versuch. Genau, weil das hab ich nämlich letztes Mal nicht gemacht. Ah ne. Man muss dann... ...so einen Schritt... ...entfernt stehen. Genau. Und den Rest macht dann Lara selbst. Aha. Ah, warum wusste ich das so? Die ganze Art, denke ich, diese kleinen Tücher hier. Okay. Okay. Ich will die Kisten da mal sehen. Wenn ich sie schon kaputt mache, will ich sie auch sehen. Na, okay. Dann seh ich's halt eben nicht. Ey, ich möchte irgendwas haben. Als Belohnung. Was kaputt machen. Das hab ich gar nicht drauf geachtet, was ich da eingesammelt hab. Ich denke mal, das war ein Key. Jawoll. Rosty... Rosty Key. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an Maniac Mensen. Der rostige Schlüssel. Der rostige Schlüssel. Äh, äh... Ja, jetzt... Ab jetzt habe ich alles neu an. Und deswegen würde ich sagen, setz ich mal schnell ein Safepoint. ich denke mal das wird dann auch gleichzeitig das Ende sein von meinem ersten Teil meiner neuen Tomb Raider Serie ich werde mich zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal Glück auf